Und damit, moin mein und herzlich willkommen zur ersten Folge des großen Bundesliga-Rückblicks mit mir, mit eurem Badeschlappen. Und bevor wir gleich rein starten und ich euch mal das erste große Thema dieses Rückblicks nennen möchte und erläutern möchte und zeigen möchte, zunächst mal ein paar Informationen, was überhaupt der große Bundesliga-Rückblick ist, was habe ich mir dabei gedacht, was habe ich noch vor, welche Videos werden noch kommen und so weiter und so fort. Und ich würde sagen, wir starten einfach mal damit rein, dass ich euch ein Magazin bzw. ein spezielles Heft ganz besonders ans Herz legen kann. Und das ist das Finalheft, die große Bilanz heißt es mittlerweile bzw. das erste Mal in diesem Jahr, vom Kicker, wo wirklich die gesamte Saison nochmal so ein bisschen drüber geredet wird, drüber gequatscht wird, wo man einfach nochmal ein paar Informationen, viele, viele Statistiken bekommt. Finde ich ein richtig, richtig cooles Heft, gutes Heft. Habe es auch schon häufiger mir mal gekauft, aber nie so richtig wirklich alles durchgelesen. Und momentan bin ich echt dabei, das Ding zu verschlingen wie nichts und gefällt mir richtig gut. Ja und da bin ich einfach auf die Idee gekommen, habe ich mir gedacht, komm, da kannst du einfach ein paar Videos draus machen. Denn ich denke mal, die Vorfreude ist schon wieder riesig bei uns allen auf die neue Bundesliga-Saison. Auch wenn jetzt die alte noch nicht allzu lange beendet ist, noch nicht allzu weit weg ist. Aber ich habe schon wieder richtig Bock, habe mir gedacht, komm, dann machen wir uns zusammen mal die neue Saison schon mal ein bisschen schmackhaft und beenden zunächst mal die alte, sprich die Saison 2012-2013, die wir nochmal so ein bisschen analysieren wollen. Habe ich mir schon ein paar Dinge überlegt, die ich bringen kann. Heute zum Beispiel kann ich ja schon mal das Thema schnell nennen bzw. ihr werdet ihr eh schon im Titel oben gelesen haben. Die Gewinner der Saison 2012-2013, sage ich später noch ein bisschen mehr dazu. Dann habe ich noch vor, auf jeden Fall die Verlierer der Saison 2012-2013 zu bringen. Vielleicht die ein oder andere Mannschaft nochmal anzugehen, zu analysieren. Vielleicht doch alle, weiß noch nicht so richtig. Vielleicht gucken wir mal in die zweite Liga, vielleicht gucken wir auch mal in die dritte Liga runter. Je nachdem ist ja viel passiert mit den ganzen Vereinen, die abgestürzt sind, wie jetzt Duisburg, wie Aachen und so weiter und so fort. Mal gucken, was wir da alles angehen. Dann habe ich auch vor, ihr habt es ja vielleicht mitbekommen, dass ich auf meinem Kanal jetzt das Augenmerk eigentlich nur noch auf den Fußball richten werde. Dazu kommt aber auch noch ein Infovideo raus, bekommt ihr alles noch mit, gar keine Frage. Und deswegen habe ich auch vor, nach diesem Rückblick natürlich auch so eine kleine Ausschau zu machen, sprich die ganzen Transfers vielleicht mal anzugehen, einmal pro Woche darüber zu quatschen mit euch. Oder auch dann natürlich, wenn die Saison schon am Laufen ist, vielleicht ein paar Spieltage analysieren und so weiter und so fort. Wir werden alles mal gucken, wie es zeitlich hinhaut. Aber was auf jeden Fall hinhaut, ist jetzt schon mal das Video. Und dann würde ich sagen, gehen wir erstmal den ersten Part, die erste Folge an. Wie gesagt, die Gewinner der Saison 2012-2013, das ist heute das große Thema. Und dazu habe ich mir ein bisschen Gedanken gemacht. Ich habe mir gedacht, komm, Du kannst jetzt, wenn Du willst, einfach mal so eine Top-11 der Bundesliga-Saison hinstellen, der letztjährigen Saison. Ich habe mir aber gedacht, gut, dann hast Du acht Bayern-Spieler drin, oder sagen wir mal sieben Bayern-Spieler, drei Dortmunder und einen aus einer anderen Mannschaft in Deutschland. Das macht recht wenig Sinn. Deswegen habe ich mir gedacht, komm, Du nimmst von jeder Mannschaft den großen Gewinner raus und bastelst Dir so eine Mannschaft zusammen. Ich kann euch schon mal so viel sagen, ich kann natürlich nicht von 18 Vereinen jeweils einen rausnehmen und da eine Mannschaft zusammenbauen, weil eine Mannschaft bekanntlich nur elf Spieler hat. Deswegen habe ich mir auch nur wirklich dann die rausgesucht, die mir dann letztendlich auch gefallen haben, ein paar sind weggefallen. Unter anderem von Gladbach, von Wolfsburg, für Düsseldorf. Kommen noch ein paar mehr dazu, werde ich alles dann wahrscheinlich am Ende noch ein bisschen mehr erläutern. Aber ich würde sagen, wir starten einfach mal rein mit dem Keeper, mit dem Gewinner, mit dem Gewinner-Keeper der Saison 2012-2013. Und das ist meiner Meinung nach nicht ganz eindeutig. Es gab noch einen anderen Mitstreiter, aber ich habe mich dann letztendlich für René Adler entschieden. Ist notentechnisch nur der Zweitbeste in dieser Saison. Kevin Trapp war besser bei Frankfurt. Und ich habe auch wirklich lange, lange überlegt, nehme ich Trapp, nehme ich Adler und ich habe mich dann letztendlich für Adler entschieden, weil ich finde, dass Adler einfach eine Höllenzeit durchgemacht hat. Der war in der Nationalmannschaft der Stammkeeper, dann durch seine Verletzung so ein bisschen verdrängt worden. Neuer kam ran. Jetzt hat er ganz, ganz schlechte Karten, da wieder Neuer vorbeizukommen wiederum. War dann in Leverkusen, ja wie gesagt, auch noch verletzt. Dann hat sich Leno noch vor Adler gekämpft, war dann bei den Leverkusen an dem Tor. Ja und dann kommt mal schnell der HSV, was auch risikoreich war, muss man wirklich so sagen, mit Anissen, der ja vielleicht nicht alles richtig gemacht hat, aber das hat er richtig gut gemacht, nämlich den René Adler zu verpflichten und haben ihm gleich mal ja einen schönen gediegenen 5-Jahres-Vertrag angeboten. Ist auch nicht, sage ich mal, so normal, wenn du länger verletzt warst. Aber den hat Adler angenommen, hat seine Sache richtig, richtig gut gemacht, hat eine 2,7, 6-7er-Note so rum im Durchschnitt gehabt in dieser Saison. Hat zwar 53 Gegentore kassiert, womit der HSV ja die sechsschlechteste Mannschaft ist, aber ganz ehrlich, das lag nicht nur am Adler, beziehungsweise eigentlich fast gar nicht. Ich meine, 2,67, zweitbester Torwart in der Fußball-Bundesliga. Noch dazu neunmal Spieler des Spiels, das ist ein absoluter Top-Wert in der Bundesliga. Also von daher hat er eine richtig, richtig starke Saison gespielt. Wie gesagt, eine 2,67, sozusagen mein Rückkehrer. Also man hätte genauso gut Trapp hinstellen können, gar keine Frage. Aber Trapp ist noch jung, der kommt bestimmt noch irgendwann mal damit vor. Deswegen habe ich mir gedacht, Adler, der Mann mit dem Comeback schlechthin in diesem Jahr. Okay, machen wir ein bisschen weiter. Linksverteidigerposition vom VfB Stuttgart, Arthur Bocca. Sprich, da haben wir jetzt halt, wie gesagt, ich mache nur von jeder Mannschaft einen Spieler. Von den Stuttgartern ist es bei mir Arthur Bocca auf der Linksverteidigerposition, der am Anfang der Saison so ein bisschen geschwächelt hat. Wie der gesamte VfB, die haben ja diese Saison auch nicht so richtig gut gespielt. Waren zwar, ja dann im DFB-Pokalfinale, waren glaube ich in der Europa League die beste deutsche Mannschaft, beziehungsweise die Mannschaft, die am weitesten gekommen ist. Aber in der Liga, ja war das nicht unbedingt stark. Aber Bocca ist um einiges vielseitiger geworden. Hat nicht nur auf der Linksverteidigerposition gespielt, eigentlich so ungefähr überall im Mittelfeld. Dann eben auf seine Lieblingsposition da links hinten. Eine 3,63 gehabt, was jetzt vielleicht vom Schnitt nicht ganz so gut ist, aber wie gesagt, die ganzen Stuttgarter waren jetzt nicht unbedingt überragend drauf. Von daher habe ich mich für ihn entschieden auf der Linksverteidigerposition. Arthur Bocca hat auch durch die guten Leistungen noch eine Vertragsverlängerung bis 2014 bekommen. Sprich, das zeichnet sich auch dadurch aus, dass er wirklich richtig gute Leistungen gebracht hat. So, dann kommen wir zum Meister. Wer ist mein absoluter Favorit beim deutschen Meister, beim FC Bayern München? Wer hat die Saison richtig rausgestochen? Und das waren ein paar mehr, das waren einige. Aber ich finde, einer, der so richtig, richtig, richtig rausgestochen hat, ist, ja hier, ist Dante. Oder? Absolut genial. Für 4,7 Millionen ist er gekommen von Borussia Mönchengladbach. Ich denke mal, man hat ihn in München sicherlich nicht als Abwehrboss gesehen und gekauft. Sicherlich hat man Hoffnungen gehabt und gedacht, komm, Dante, der könnte da ganz gut reinpassen, sonst würde ihn man ja nicht holen. Aber, dass er sich so dermaßen entwickelt, da hinten den Laden zusammenhält, ja eine kluge Spielweise hat, sage ich mal. Ähnlich wie Hummels auch mal gute Pässe spielen kann, souverän da hinten drin steht, immer die Ruhe weg hat, sprich sich da nie so richtig unter Druck setzen hat lassen. Mit einem Schnitt von 3,02, auch also gleich zum absoluten Abwehrboss bei den Bayern geworden. Und ich muss ganz ehrlich sagen, Dante ist einer wie Boca, die mir richtig gut gefallen. Das sind so Typen, die ich ganz gerne in der Bundesliga sehe, absolut sympathisch. Vor allem Dante, aber auch Boca, wenn man dran denkt, ne, Stuttgart, da gehört Boca irgendwie dazu. Ich weiß nicht warum. Auch schon lange mit dabei. Und Dante, wie gesagt, da gleich zum Abwehrchef geworden hat. Sicherlich dazu mit beigetragen, dass die Bayern eine Serie hatten mit 577 Minuten ohne Gegentor. 21 Mal zu 0 gespielt. Also Dante, der da richtig, richtig viel gezeigt hat. Da sieht man auch ganz gut daran, dass Dante bis zum 25. Spieltag nicht, 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 nicht dabei war, sondern wirklich immer mitgespielt hat. Erst dann wurde es so ein bisschen rotiert. Na gut, da kamen die ganzen Spiele noch mit dazu, die wichtigen Spiele, wo er auch mal ein bisschen geschont wurde. Aber wie gesagt, zeigt auch, dass er da so eine Hammerentwicklung gemacht hat. Und ich weiß nicht, ob das viele gedacht hätten, viele von ihm oder viele geglaubt hätten, dass er das wirklich so gut hinkriegt. Sicherlich, wie gesagt, dass er, dass er bei den Bayern eine gute Rolle mitspielen kann, ganz klar, aber dass er das innerhalb von einem knappen halben Jahr schon so stark unter Beweis stellt, der war ja schon zur Winterpause der absolute Abwehrboss, ist schon richtig, richtig stark. Okay, dann kommen wir zu den Bremern, zu einem Spieler, der momentan nicht mehr, beziehungsweise der letzte Saison bei Bremen war, jetzt nicht mehr ist, sondern für ein ganz schönes Gehalt, für eine ganz schöne Ablöse, nämlich für 8 Millionen zu Borussia Dortmund gewechselt ist, Sokratis. Also Dante und Sokratis stellen wir mit Innenverteidigung bei den Gewinnern der Saison 2012. 2013 hatte ja eine nicht so gute Hinrunde, dafür eine umso bessere Rückrunde, die er gespielt hat. Da kriege ich ja mit einer 3,4 notentechnisch auch einigermaßen solide. Sicherlich gibt es da auch bessere, wie zum Beispiel, was wir gerade angesprochen haben, Dante mit einer 3,02. Aber ich denke mal, Sokratis hat es nicht unbedingt einfach gehabt. Bei Bayern ist es ein bisschen einfacher zu glänzen, als bei Bremen, zumindest als bei der Bremer Mannschaft, die wir in der letzten Saison kennenlernen mussten. Und dafür hat er das richtig gut gemacht. Auch der absolute Abwehrchef geworden. Ich finde aber, das heißt, ich finde aber, ich bin richtig gespannt drauf und freue mich richtig, richtig drauf, was der Mann in Dortmund reist. Ich bin mal richtig, richtig gespannt. Wir haben Hummels, wir haben Subotic und wir haben Sokratis. Und das sind alles drei Top-Innenverteidiger. Ich bin mal gespannt, wer sich da durchsetzen wird. Gut, ich muss sagen, Hummels wird mit Sicherheit gesetzt sein, sprich Sokratis oder Subotic. Das ist die große Frage. Und da bin ich echt gespannt. Mal gucken, wie sich Klopp entscheidet. Hat er, glaube ich, die Qual der Wahl? Kann nicht allzu viel falsch machen, wenn Sokratis da wirklich seine Leistungen noch mal bestätigen kann, wie jetzt in der Saison. Dann wäre das eine absolute, oder ist das eine absolute Verstärkung für die Dortmunder. Und ich muss dazu sagen, der Transfer wäre mir fast entgangen. Ich war zu dem Zeitraum im Urlaub mit einem Kumpel und habe das nur so am Rande, ja, mein Kumpel so am Rande erwähnt, dass Sokratis da wechselt. Er wusste dann auch nicht so richtig, wohin. Er hat es nur irgendwie mal kurz aufgeschnappt. Ja, und dann gucke ich nach und dann geht er zu Dortmund. Und das ist, finde ich, schon eine richtige Hausnummer. Also bin ich mal richtig gespannt, was der da abliefern wird, wie der da abgeht. Okay, Rechtsverteidigerposition. Kommen wir jetzt zu einem Spieler aus Schalke, aus Gelzenkirchen, der, ich weiß, eigentlich gar kein Rechtsverteidiger ist, sondern eigentlich ein Linksverteidiger, Innenverteidiger, so die Richtung. Aber ich habe keinen anderen Rechtsverteidiger mehr gefunden, der mir jetzt da wirklich gepasst hätte. Deswegen habe ich ihn jetzt einfach mal kurz auf rechts gestellt. Und zwar ist es der absolute, ja, ich sage mal, ein neuer Mann, ein neuer Name, der aber richtig guten Fußball spielen kann, richtig bullig ist. Und zwar Seat Kolasinac vom FC Schalke 04, den wir ja auch aus dem Fußballmanager-Let's Play kennen, wo wir ihn auch mal so ein bisschen angesprochen haben, ganz klar. Wie gesagt, eigentlich auf der linken Seite aktiv, ist erst 19 Jahre jung, hat trotzdem mal schnell einen Christian Fuchs verdrängt auf der linken Seite. Also das zeigt schon, Christian Fuchs ist natürlich, wer ihn nicht kennt, aber ich gehe mal davon aus, dass er ihn kennt, ja, mal ganz gediegen, der Kapitän der österreichischen Nationalmannschaft. Und den hat der mal schnell mit 19 Jahren verdrängt. Deswegen absolut genialer Mann für die Zukunft. Bin ich mal gespannt, wie es da weitergeht. Ich meine, Schalke hat eigentlich Top-Leute, wenn man sich das mal überlegt. Draxler, Kolasinac, dann Hüntela vorne drin noch. Da bin ich mal richtig gespannt, was die Schalke in der nächsten Saison auch machen, aber das ist jetzt eine ganz andere Geschichte. Das kommt auch irgendwann noch, so eine kleine Prognose, wie ich mir alles vorstelle. Auf jeden Fall Kolasinac, zweikampfstark ohne Ende. Ich meine, wenn man ihn mal anguckt, dann sieht man auch, dass das so ein richtiger Bulle ist. Richtig dynamisch, mit einer 3,33, wie gesagt, auch, denke ich mal, ein richtig, richtig starker Wert für einen 19-Jährigen in der Fußball-Bundesliga, kann man überhaupt nichts sagen. Ein absolutes Top-Talent, wo man wirklich gespannt sein kann, wie es mit ihm weitergeht. Nicht zu vergessen, natürlich auch noch Papadopoulos bei Schalke. Den kann man auch noch da absolut mit in die Reihe reinnehmen. Meier kann man auch noch mit reinnehmen. Maxi Meier. Also die haben schon richtige Talente, da dürfte, wenn sie sich jetzt nicht, wenn sie nicht irgendwie über Leute verkaufen müssen, beziehungsweise größere Vereine drantreten in nächster Zeit, eine richtig, richtig gute Truppe erstellen. Okay, dann kommen wir zu dem Freiburger, und zwar zu Max Kruse auf der linken Mittelfeldposition, auf der Linksaußenposition, spielt ja, oder hat häufig beim SC Freiburg auf der Stürmerposition, also die falsche 9 gespielt. Ich habe mir allerdings jetzt für diese Gewinneraufstellung ein 4-4-2, ein klassisches 4-4-2 überlegt. Deswegen stelle ich ihn einfach mal auf die linke Seite. Für 500.000 ist er von St. Pauli gekommen, hat trotzdem sofort gezeigt, was er kann, sich absolut weiterentwickelt. Ich meine, wenn man sich mal überlegt, der hat jetzt neulich in der deutschen Fußball-Nationalmannschaft gespielt, in der A-Mannschaft. Das ist der absolute Hammer. 25 Jahre ist er alt, ist er jung, wie man sehen will. Einen Schnitt von 3,07 gehabt und wie gesagt, sich sofort integrieren können vom FC St. Pauli. Ich meine, man hat ihn schon gekannt, ne? Kruse. Aber was der jetzt momentan abliefert, wechselt er jetzt auch dann zu Borussia Mönchengladbach. Das ist der absolute Wahnsinn. Topspielübersicht, Toricher hat dann auch, Laufstack ist er, kann Tore vorbereiten. Ich denke mal, man hat beim Nationalmannschaftsspiel, ich glaube gegen die USA was, auch wenn er natürlich die deutsche Mannschaft ja nicht gerade brilliert hat, aber hat man schon mal so ein bisschen in Ansätzen gesehen, was er drauf hat und auch bei Freiburg, als er damals schnell seinem neuen Verein in Gladbach in zwei Buden reingehauen hat, glaube ich. Es war sogar was am letzten Spieltag? Ich weiß es nicht. Irgendwann zum Ende hin auf jeden Fall mal ganz gediegen. Zwei Tore reingemacht. Also der ist auf jeden Fall nicht schlecht. Ich bin mal richtig gespannt, wie es da mit ihm in Gladbach weitergeht und mich wundert es fast so ein bisschen, dass da in Anführungszeichen, gut, ich weiß nicht, wer noch alles an ihm interessiert war, aber in Anführungszeichen nur Gladbach dran war. Das ist doch ein absolutes Talent, dass da nicht Dortmund gekommen ist, so die Richtung war, sage ich, ne. Nicht noch ein größerer als Gladbach, wundert mich fast ein bisschen, oder? Ich weiß nicht. Vielleicht war auch wirklich Dortmund dran und Kruse sagt, nee, geht zu Gladbach, aber kann ich mir dann fast nicht vorstellen. Ich weiß es nicht. Okay. Damit haben wir schon mal, was haben wir denn? Fünf, sechs Spiele haben wir schon mal in der Elf des Jahres, zumindest in der Gewinner-Elf des Jahres und ich würde sagen, wir machen gleich mal weiter und zwar im defensiven oder zentralen Mittelfeld, wobei wir da auch mit einem weitermachen, der eigentlich ein Stürmer ist, eigentlich, ja, Stürmer hängende Spitze, rechts außen, also ein eigentlich viel, viel offensiverer Mann, aber wie gesagt, das ist ja jetzt alles nicht so genau genommen hier. Es ist einer von Eintracht Frankfurt und zwar Stefan Aigner, der mit unglaublichen, ich habe es ja, ich habe ja wie gesagt diesen Kicker da liegen und das ist mir gar nicht so aufgefallen, aber der ist ja mal richtig, 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 richtig stark. Neun Tore gemacht, sieben Tore vorbereitet, ich meine, das ist kein schlechter Wert für so einen Mann. 3,53, äh, 3,53er Bewertung, sucht oft das 1 gegen 1, wie gesagt, richtig, richtig torgefährlich, bereitet dann Tore auch noch vor, spielt eigentlich vorne drin im Sturm und ist fast so ein bisschen sinnbildlich, oder, für den Frankfurter Aufstieg, Aigner, der da auch wirklich frech ist, sage ich mal, wie gesagt, das 1 gegen 1 mal sucht, sich wirklich da mutig vorantraut und was dann vielleicht auch so ein bisschen, äh, natürlich kann man sagen, qualitätstechnisch ist Frankfurt um einige stärker als Fürth, das ist ganz klar, aber was vielleicht die beiden auch so ein bisschen, ein bisschen unterschieden hat, die Frankfurter, die da eben dann auch mal das ein oder andere mutig versucht haben, die Fürther, die es natürlich zum einen nicht so richtig konnten, zum anderen dann aber auch, äh, ja, nicht so richtig gemacht haben, ne, also von daher Frankfurt, natürlich eine richtig, richtig starke Saison gespielt und Aigner hat einen großen Anteil daran, neun Tore gemacht, sieben wie gesagt, vorbereitet, okay, dann der Mann neben ihm, äh, den wir auch aus dem Fußballmanager, 13 Let's Play kennen, ist André Hofmann von Hannover 96, ähm, auch ein ganz, ganz starker Mann, ist gekommen vom MSV Duisburg, äh, noch in der Winterpause, hat trotzdem, jetzt aufgepasst, hat trotzdem, obwohl er erst in der Winterpause gekommen ist, 16 Spiele gemacht, äh, für Hannover 96, hätte eigentlich alle gemacht, war dann im 17. Spiel, mehr oder weniger, äh, gelb gesperrt, oder konnte zumindest, nicht mitkicken, äh, hat Schmiede Bachter im defensiven Mittelfeld verdrängt, was ja auch wirklich, ja, eine Größe ist, was heißt eine Größe, aber ein Name ist, äh, im deutschen Bundesliga-Fußball, von daher sicherlich nicht schlecht und das mit 20 Jahren, ist ähnlich, Nikola Sinac, äh, die beiden, die da wie gesagt, ja, ihre, ihre Vorgänge, ihre älteren Mitspieler durchaus verdrängt haben, Hofmann mit einer 3,82, ist jetzt vielleicht von der Benotung vom Durchschnitt nicht ganz so stark, trotzdem finde ich, ist es eine der Entdeckungen auch der Saison, wird auch ganz, ganz interessant sein, wie der da, äh, weiter macht, wie gesagt, wenn einer so schnell, eine feste Größe wird bei einem Verein mit 20 Jahren, äh, und nur in der Winterpause kommt trotzdem alle Spiele, macht, dann heißt das schon ein bisschen was, auch wenn Hannover natürlich die Saison nicht mehr ganz so stark war, wie die beiden Saisons zuvor, aber trotzdem, das ist ein absoluter Hammer und auch ein, ein ganz, ganz interessanter Mann für die Zukunft, meiner Meinung nach. Okay, rechtes Mittelfeld ist noch angesagt, ähm, da muss ich ganz ehrlich sagen, hab ich so ein bisschen überlegt, nehm ich ihn, oder nehm ich einen anderen von dem Verein, und zwar geht es um den zweiten um Borussia Dortmund, äh, und da hatte ich so ein bisschen zwei Leute, auf der Liste, wo ich mich dann nochmal so ein bisschen erkundigen musste, denn über den einen weiß man viel, das ist Robert Lewandowski, über den anderen weiß man schon auch viel, aber nicht so viel über die Statistiken, also wie viele Tore Lewandowski geschossen hat und so, das weiß man ja grob, aber was jetzt ein Jakub Lasikowski gemacht hat, auf rechts, hat, hab ich zumindest jetzt noch nicht so direkt, äh, so krass wahrgenommen, und das ist wirklich der Hammer und das Ausschlaggebende, warum ich ihn dann letztendlich, äh, reingestellt habe und Lewandowski nicht mit dabei sein wird, sondern Kuba auf der rechten Mittelfeldposition, denn, Kuba hat in 27 Spielen 11 Tore, gut hätte ich jetzt auch sowas geschätzt ungefähr gemacht, aber gleichzeitig auch nochmal ganz schnell 13 Assists geliefert, sprich, er war in 27 Spielen an 24 Toren direkt beteiligt, da kommen ja noch ein paar dazu, die er, sag ich mal, eingeleitet hat, wo er den Pass vor dem Vorbereiterpass gespielt hat, und so weiter und so fort, sprich, der hat eine absolute Top-Leistung gezeigt, viel konstanter auch, viel schneller, ich meine, wenn man so zurückdenkt an die, an die letzten beiden Saisons der Dortmunder, wo Kuba sicherlich eine richtig, richtig gute Rolle gespielt hat, äh, aber eben nie so richtig konstant war, nie wirklich eine richtig lange Zeit mal einen Top-Fußball gezeigt hat, äh, sondern immer mal wieder durch Verletzungen gestoppt worden ist, wo ihm dann, sage ich mal, auch andere Spieler vor die Nase gesetzt wurden, ich meine, Dortmund hat ja mit, mit, äh, Götze, mit Reus, mit, äh, Perisic, den sie da noch gehabt haben, und so weiter und so fort, mit, ähm, Großkreuz, viele, viele Akteure, die sie da einsetzen können, von daher, Shahin, äh, Gündogan und so weiter, auch wenn die jetzt nicht unbedingt auf den Positionen spielen, aber da sind die ja recht variabel, und von daher, äh, hat er nie so richtig immer, äh, ja, Top-Leistungen auf längere Sicht hin zeigen können, das hat er jetzt in der Saison um einiges besser gemacht, wie gesagt, viel, viel konstanter geworden, mit einem Schnitt auch von 2,94, einer der absoluten Top-Bundesliga-Akteure in der, in der Saison gewesen, also von dem her, gehört er da einfach rein, und deswegen habe ich mich, äh, mich für ihn entschieden, für Jakub Blaschikowski, wo übrigens Kuba steht, weil Blaschikowski zu lang gewesen wäre, und nicht für einen Robert Lewandowski, für den anderen Polen. Okay, dann kommen wir noch zu den letzten beiden Spielern, die ich mir jetzt halt aufgeschrieben habe, die wir noch mit reinnehmen, und zwar zum einen auf der linken Seite im Sturm, ein absoluter Hammer, auch ein ganz, ganz interessanter Mann für die Zukunft, auch ein Talent mit gerade mal 20 Jahren, Kevin Vorland von der TSG 1899 Hoffenheim, ja, war noch einer der Lichtblicke, ne, bei der TSG, muss man wirklich so sagen, in 34 Spielen, 6 Tore gemacht, 12 Assists geliefert, hat in der Hinrunde auch, wenn man das mal so nimmt, 9 Mal vorbereitet, und das ist, denke ich mal, für einen 20-Jährigen nicht schlecht. 9 Vorbereitungen, auch insgesamt 18, 18 direkte Torbeteiligungen, äh, Beteiligungen in 34 Spielen, für so einen jungen Mann, absolut genial. Und ich hab mal, gut, ich hab jetzt von ihm natürlich nicht allzu viele Spieler gesehen, von den Hoffenheimern, weil mich das nicht unbedingt so interessiert hat, äh, aber wenn man mal die Sportschau anguckt, ich weiß gar nicht, gegen wen haben die denn da gespielt? Ich weiß es gar nicht. Ähm, war glaube ich auch ziemlich am Ende, auf jeden Fall haben sie da gewonnen, und da hat Volland, da hat man so richtig gleich mal auf den ersten Blick gesehen, was Volland für ein Stürmer-Typ ist. Laustark, richtiger Bulle, wie Kolasinac, kann sich da durchaus durchsetzen, trotzdem, mit einer richtig, richtig starken Technik, mit einer richtig guten Übersicht, vor allem auch. Ja, und einen Torriecher, den hat er auch, hat man gesehen, 6 Tore, auch wenn das erstmal nicht viel klingt, aber in der ersten Saison, ähm, als Bundesliga-Profi mit 20 Jahren, die auch wirklich mal, ja, mehr gespielt hat, länger gespielt hat, ist das meiner Meinung nach ein absoluter Topwert, äh, hat er eine 3,58, habe ich das schon angesprochen, ich weiß es gar nicht, von der Benotung her denke ich mal, auch ordentlich, natürlich. Okay, und dann fehlt noch einer im Sturm, und ich glaube, äh, ihr seht, wir hatten Hamburg, wir hatten Schalke, wir hatten Bremen, Bayern, Stuttgart, Freiburg, Frankfurt, Hannover, Dortmund, sprich, es muss einer sein, von den Mannschaften, Mainz, Fürth, Augsburg, und jetzt wisst ihr schon eigentlich, wer es ist, oder? Ich meine, wer ist da vorne, welcher Stürmer muss noch mit rein, der der absolute Gewinner der Saison ist? Er ist zum einen ein Gewinner, fast auf der anderen Seite fast schon Verlierer, aber ich zeige ihn euch jetzt erstmal, und zwar er hier, Stefan Kießling natürlich, von Bayern 04 Leverkusen, mit einer absoluten Bombensaison, Torschützenkönig natürlich, in der diesjährigen, beziehungsweise letztjährigen Saison, mit 25 Buten, die er gemacht hat, noch dazu 10 Assists, die er geliefert hat, und ich habe gerade gesagt, er ist auf der einen Seite der Gewinner, sicherlich, er ist der große Gewinner, ganz klar, hat, sage ich mal, all seinen Kritikern gezeigt, was er drauf hat, alle, die ihm so ein bisschen, ja, diese Technik abgesprochen haben, hat er dann eben durch Einsatz, durch Kampfstärke, durch den Willen, durch die Leidenschaft, wieder wettgemacht, und richtig, richtig viele Tore geschossen, wie ich gerade ja schon erwähnt habe, mit seinen 25 Buten, aber er ist auch auf der anderen Seite, ein Mini-Verlierer, denn man kann es einfach, also ich kann es nicht verstehen, dass trotzdem ein Joachim Löw, ein Jogi Löw, nicht auf ihn setzt, in der deutschen Fußball-Nationalmannschaft, das ist, es ist, finde ich, wenn man sich einfach mal überlegt, jetzt unabhängig welcher Spieler, wenn ein Nationaltrainer, nicht, den besten, oder den Torschützenkönig, der heimischen Bundesliga, mit ins Team überhaupt reinnimmt, wenn man sich das einfach mal überlegt, dann ist schon irgendwas falsch gelaufen, ganz klar, der macht 25 Buten, zeigt absoluten Einsatz, zeigt absolute Leidenschaft, und darf nicht mal mehr mit rein in den Kader, und da braucht man jetzt auch nicht, glaube ich, von sprechen, dass er, gut, er hat sicherlich vielleicht nicht so viel Erfahrung, wie ein Gomez, was jetzt auch die internationalen Spiele angeht, wie ein Klose, und so weiter, und so fort, aber er hat trotzdem international gespielt, und wo soll er denn auch, sage ich mal, diese Erfahrungen gewinnen, wenn ihn nie einer mitnimmt, und ganz ehrlich, ich bin mir, ich bin felsenfest von überzeugt, wenn Kiesling dabei, wenn der Nationalmannschaft, man würde nicht anmerken, dass der das erste Mal dabei ist, glaube ich nicht, glaube ich echt nicht, denn der beißt sich da, denke ich mal, richtig, richtig schnell rein, zeigt, was er kann, und dann wären auch da alle Kritiker, mal ganz, ganz leise, aber man merkt ja, Löw, der das so ein bisschen auf andere Spielertypen setzt, aber das ist jetzt auch gar nicht groß das Thema, das werden wir vielleicht auch noch angehen, dass ich so ein bisschen eine kleine, Road to Brasilia, Kategorie aufmache, sprich so ein bisschen, die Nationalmannschaft auf den Weg, nach Brasilien, in Anführungszeichen begleite, hier so ein paar Videos zu machen, werden wir alles mal gucken, da haben wir noch ein knappes Jahr Zeit, von daher brauchen wir da uns gar nicht großartig, jetzt schon drum kümmern, Kiesling noch abschließend, kann man sagen, mit einer 2,78, ein absoluter Topwert, ein absolut genialer Wert, was er da geliefert hat, ich glaube, ich habe jetzt das Heft, wo habe ich das Heft, das liegt gar nicht da, in greifbarer Nähe gerade, aber ich glaube, Ribéry war der Gewinner von der Note her, in der Saison, mit einer 2, 2, lass mich lügen, ein 2,4, was hat der Kiesling, 2,78, ja, könnte hinkommen, 2,4, ich glaube sogar, dass ich jetzt irgendwie an 2,1 denke, war es schon richtig krass, ich bin mir gar nicht sicher, auf jeden Fall Ribéry, der beste Mann, der beste Spieler, in der Bundesliga-Saison 2012, 2013, trotzdem finde ich, dass Dante so ein bisschen, die Überraschung war bei den Bayern, und vielleicht noch abschließend ein paar Worte, die ich sagen kann, wie gesagt, ihr seht, 11 Mannschaften sind mit dabei, 11 Spieler von 11 Mannschaften, nochmal, wer es jetzt nicht mitbekommen hat, das wird zwar keiner sein, aber wie gesagt, wir haben einen rausgepickt, aus jeder Mannschaft, der der Gewinner war, und dann eine Mannschaft zusammengebaut, die Mannschaft Mainz, führt Mainz, ich weiß gar nicht mehr, wen, ich kann nochmal ganz schnell gucken, wen ich mir bei den anderen Vereinen aufgeschrieben habe, wer da die Gewinner waren, um das nochmal, so ein bisschen, ein bisschen der Vollständigkeit halber noch zu sagen, bei den Mainzern war, es, muss ich gucken, Müller, Nikolai Müller, bei Fürth war es, ähm, ein, wo habe ich ihn mir denn aufgeschrieben, ein Hesel, der Keeper, auch gut gehalten, bei Augsburg, der gute Manninger, ähm, der auch richtig, richtig stark gehalten hat, bei den Augsburger noch, auch so ein richtiger Typ ist, ne, so ein richtiger Spielertyp, den man einfach braucht, der auch so ein bisschen, auch sinnbildlich war, für die Augsburger, genau so ein Melders, die da einfach perfekt reinpassen, dann, äh, beim Klub habe ich mir rausgeschrieben, Tim Klose in der Innenverteidigung, hat auch noch ein bisschen die Konstanz gefehlt, auch gute Spiele gemacht, hier und da mal, aber so richtig über eine längere Zeit überzeugt hat, auch eher nicht, deswegen habe ich mich dafür Klose entschieden, dann bei Düsseldorf, ähm, Latka, bei Düsseldorf muss ich, muss ich ganz ehrlich sein, habe ich, Latka habe ich schon mal gehört, aber habe ich überhaupt keine Ahnung von ihm, ist gekommen, habe ich eben im Kickerheft nachgelesen, ein bisschen, mich reingelesen bei den Düsseldorfern, äh, ist gekommen, hat er anscheinend richtig gute Leistungen gezeigt, aber wie gesagt, da kann ich nicht viel zu sagen, kenne ich nicht so unbedingt, bei Wolfsburg ist es noch, ja, kann man bei Wolfsburg einen Gewinner rausnehmen, Diego hat noch gut gespielt, ähm, ich sage mal normal wahrscheinlich für seine Möglichkeiten, aber man muss auch dazu sehen, dass er nicht unbedingt eine gute Truppe hatte, ne, keine Mannschaft an sich, viele, viele Einzelspieler, von daher hat es nicht gepasst, bin ich auch mal gespannt, was Hecking daraus macht, aber ist auch wieder eine andere Sache, und dann letztendlich noch, bei Borussia Mönchengladbach, ein Patrick Herrmann, äh, der eigentlich auch da irgendwo noch mit rein müsste, aber wo, wir haben nur elf Spieler, äh, da passt keiner mehr rein, ähm, Trainer, der, oder Trainergewinner der Saison, muss ich ganz ehrlich sagen, wenn wir da noch kurz drüber quatschen wollen, oder mache ich das in einem Extra-Video, ich schneide es zumindest mal an, sagen wir es so, äh, ist für mich auf jeden, jeden, jeden Fall Jupp Heynckes, da brauchen wir glaube ich nicht großartig drüber reden, wer das erste Triple, mit einer deutschen Mannschaft holt, zumindest was den Männerfußball angeht, ja, der gehört da einfach rein, absolute Klasse, absolut genial für den Mann, so seine Karriere beenden zu können, wenn er denn Lust hat, man weiß ja nicht so richtig, was er jetzt macht, beziehungsweise man weiß jetzt schon, was er macht, aber was er in einem Jahr macht, das hat er sich ja offen gelassen, ob er dann wirklich ganz aufhört, ob er nochmal irgendein Engagement eingeht, man weiß es nicht, ich bin auf jeden Fall richtig gespannt, und ich würde fast sagen, das war es erstmal mit den Gewinnern der Saison 2012-2013 aus der Fußball-Bundesliga, rechts seht ihr noch ein paar Links, die ihr anklicken könnt, wenn ihr noch ein bisschen mehr von mir sehen wollt, zum einen machen wir mal das Fußball-Manager-13-Netzplay, das ihr natürlich kennt, das FIFA-13-Netzplay, das es natürlich auch noch auf meinem Kanal gibt, und dann natürlich noch die Playlist zum großen Bundesliga-Rückblick für die Saison 2012-2013, Abschließend möchte ich noch sagen, natürlich seid ihr herzlich dazu eingeladen, schön in den Kommentaren ein bisschen zu diskutieren, wer sind eure Gewinner der Saison 2012-2013, würdet ihr euch einen von dieser Elf rauspicken, sind da eure Gewinner dabei, seht ihr es anders, wie ich sagt, ihr zum Beispiel Lewandowski ist für mich der Gewinner bei Dortmund, nicht Kuba, dann schreibt es doch einfach mal in die Kommentare, wir quatschen drüber auf jeden Fall, und ich würde sagen, wir sehen uns dann wieder demnächst, wahrscheinlich mit dem Video der Verlierer der Saison 2012-2013, ich werde mal gucken, wir sehen uns auf jeden Fall irgendwo auf meinem Kanal oder auf Facebook, in dem Sinn, bis dahin, euer Badeschlappen, Servus!